Hier hört ihr die Rufe der Kreuzkröte. Der wissenschaftliche Name ist Bufu Calamita bzw. Epidalea Calamita. Ihre Rufe erscheinen laut nachts, vor allem im April, Mai, Juni. Diese Kröten sind auf dem Rücken, braun oder olivfarben, marmoriert und 4-8 cm groß. Die Weibchen sind etwas größer als die Männchen. Typisch für die Kreuzkröte ist der hellere gelbliche Strich eben auf dem Kreuz. Deshalb den Namen Kreuzkröte wegen des hellen gelblichen Striches auf dem Rücken, auf dem Kreuz. Die Kreuzkröte ist eine Pionierart warmer, offener Lebensräume im Gebiet mit lockerer und sandigem Boden. Sie bevorzugen sehr flache Kleinstgewässer, wo sie keine Fressfeinde haben, wo allerdings auch die Gefahr der Auskocknung groß ist. Ich werde gleich noch ein besonders kräftig rufendes, aus direkter Nähe in das Mikrofon rufendes Kreuzkröten Exemplar und habe weiterhin viel Freude in und an und mit der Natur.